Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Tour. Heute wieder mit Anubis und einen neuen, den wir gleich vor mir sehen, Hermann. Tja Hermann, er ist erster Platz, was wollt ihr tun? Ja, es bleibt auch nur du, dass du noch erster Platz bist. Es wird sich gar nicht schnell erst dann. Ich bin immer noch erster. Wiesst du das? Nö, jetzt nicht mehr. Komm mal. Topalot. Ich hab mich mal besser am Wünschheit bedient. Ich hab mich mal wieder daran bedient, dass du dich gut bist. Weil ich bin immer noch erster. Ja, der Bonbon läuft direkt auf mich zu, alles klar. Bonbon. Weiß nicht echt Bonbon? Ja. Oh Hermann. Haaa, Banana. Echt jetzt doppelt Bananen? Nee, einmal Bananen und einmal so ein Schildpanzer oder so. Aber ich weiß nicht. So ein Green halt. Aber entgeht. Okay, Bananen rettet. Bananen rettet Leben. Ich sehe Anubis. Komm Bananen rettet noch ein Leben. Ich habe vorhin eine Bananen eingefangen. Das war's. Neu. Neu. Boah, Alter, das ist knapp. Okay, letztes Item im Schildeday. Ja, und Hermann trifft mich mit der Grün. Ja, das war's. Ja, aber Hermann das Erste. Die Grün hat es ausgerissen. Wer ist jeder Anfänger? Na gut. Mal erst mal das Erste. Das Zweite sieht genau so aus. Ja, da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Ahu. So, ich hoffe, dass mein Handy-Akku noch die... Oder... ...die Aufnahme durchhält. Früft zum Prozent ist nicht viel. Hast du kein Handy mit Turbo-Charge? Nee, habe ich nicht. Nee? Nee, leider nicht. Also so ein Akku mit Turbo-Charge. Nee, das habe ich leider nicht. Ich habe... Ich habe so einen Steckland-Ding, ey. Stunde, mein Handy ist voll. Ich kann alles zocken, wenn ich will. Das geht nach oben. Boah, ich hasse diese Strecke. Müssen wir die fahren? Äh, leider ja. Fast, okay. Ich hoffe einfach mal, dass der Handy-Akku durchhält. Alles Dinger, das sollte ich jetzt durchhalten. Wieder bleibe ich hängen. Wieder sind all meine iPhones weg. Danke dafür, Alblali. Oh, diese Dinger kann man auch benutzen, und Eladog Schneeck zum Kumpen, okay. Ähm, habe ich gesagt, dass ich die Strecke haße? Boah, ich habe mich wohl vertan. So, bitteschön, Hermann. Dankeschön. Du hast ja gar nichts gemacht, aber danke. Oh, lol. Ah, diese Anzeige-Bachseite. Oh, lol, tschüss. Ich bin's, Tim. Ich bin grad noch, hä? Oh, mein Gott, hast du mich grad in der letzten Sekunde noch überholt? Sieht's aus, ja. Ich hab auf jeden Fall noch einen Stern am Ende. Also, läuft bei mir. So, geht's jetzt direkt weiter mit, ähm, Luigi's Menschen. Boah, dieses Mal mach ich euch statt. Dieses Mal ziehe ich euch aus. Das, was gerade eben passiert, das wird nicht noch mal passieren. Bist ihr sicher? Ja. Das werden wir ja sehen. Bessere Frage, bist du dir sicher, dass ich mir nicht sicher sein sollte? Bei Mario Kart kann man sich nie sicher sein. Bin mir immer sicher. Mir kommt alles manchmal zu unverhofft. Das kannst du gar nicht ausmalen. Unsicherheit ist der Schlüssel zum Verlieren. Also, brauche ich keine Unsicherheit. Oh, scheiß. Na, komm, Alter. Millimeter-Wisten-Otherhalb-Gereich-Speikel, Alter. Sonst hätten sie sich... Ich hab mich grad mit mir eigene Bomben abgeschmissen. Alles klar. Oh, reicht. Das ist jetzt mal beständig. Ich muss echt aufhören damit. Mit den Scheiß-Bomben-Boms, ey. Wie wär's, wenn du damit aufhörst, die nach vorne zu schweißen und nur noch mal hinten? Und nach vorne zu schweißen, ist das echt nicht gut, ey. Ja, was soll ich denn tun, wenn ich letzter bin? Dann muss ich ja euch nie nach vorne schmeißen. Dann kriegst du auch so eine rote. Huff, ach, fick dich! Alter, Hermann, ist dein Game, wa? Ich hab schon gesagt, ich bin der Erste. Was ist denn überhaupt? Du bist doch schon über der Heimstrecke vor uns, oder was? Ja. Läuft. Sag ich ja. Haha! Nein! Du hast einen Hund und die Banane kam aber nur eine Sekunde zu spät. Ah! Bin ich gut. Ich überlebe das. Ich beiß mich hier durch. Und? Mit vier im Schnee... Oh, die roter hat mich nicht getroffen, wie auch immer. Oh! Haha! Leute, komisch ist das der Rote kommt? Boom, erster! Ich werde mich solide mit zweitem Blatt zufrieden geben. Da besteht die 2x0. War mitan. Okay, jetzt bin ich stolz auf mich. Kannst du tatsächlich noch eine Chance auf den Gesamtsieg haben, wenn ich jetzt alle drei Rennen gewinne? Ich hab den immer noch gewinne. Na, jetzt haben wir wenigstens andere Strecken dabei. Ja, das stimmt auch. Aber, na ja gut. Oh, Hermann wagt sich mit Donkey Kong ran. Das wird gefährlich, Donkey Kong. Das, was bei hier weiter oben ist und das höchste Level hat. Irgendwie so, da muss ich mich mit dran zu halten. Mal gucken, wie es dann läuft. Also, es wird wieder ein Aufgangsbuch zu Menschen, die drei Rennen gewinne, habe ich auf jeden Fall einen Gesamtsieg zu der Hermann gewinnen. Hat er einen Gesamt-Sieg und... Ach so, jetzt habt ihr auch noch mal einen Sieg geklärt. Ja, ich kann nicht dafür, wenn die Aufnahme einfach abschmiert. Ich kann nicht dafür, dass die Aufnahme abschmiert. Ich weiß auch nicht, warum die auch abgeschmiert ist. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Musst du gerade sagen. Nee, ich hab euch keine Ahnung, warum die abgeschmiert ist. Ja, 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 ja. Er hat es einfach nicht weit aufgenommen. Vielleicht akzeptiert die Zocker, weil ich finde einfach keine Niederlage. Ja, akzeptiert die Zocker. No, no, ich akzeptiere das schon, aber... Ich akzeptiert das schon, aber... Alles klar, warum bin ich ja jetzt runtergefallen. Ach komm. Ich hab kein Geschenk bekommen, also mir ging es jetzt ewig. Aber ich fahr die Runde meines Lebens auf der Strecke, die ich am meisten habe. Oh, alle gehen hoch, schau. Und ich bin der erste Ehre. So, jetzt würde ich mal sehen, dass... Jetzt hier... Hehehe. Er schien die Hunde noch auf, oder nicht? Ganz knapp. Ganz knapp nochmal. Da hat er immer noch gegen mich verloren. Da hat er schon extra die Aufnahme gelöscht und verliert trotzdem. Vor allem extra gelöscht. Ja, natürlich, sag ich doch. Warum sollte ich die extra löschen, wenn die Aufnahme so läuft, dann latscht ich normalerweise so hoch. Er hat verloren. Na gut. Aber heute läuft es jetzt weiter. Also, nehmt jetzt trotzdem weiter auf, momentan. Find ich ja gut. Oh, ich feier das gerade so richtig, ne? Das macht so viel Laune, das können sich Leute gar nicht vorstellen. Wie Spaß das macht. Und dazu noch mein Handy... Mein Handy-Akku geht immer weiter runter. Das ist echt voll. Ich habe eigentlich den beschissensten Akku von allen Handys. Mit dem S7 hat man einfach wirklich den reinesen Akku. Ja, ich bin momentan bei 13%. Stand vorhin noch auf 15. Ich bin mir mal die Geschenke drüber. Ja, das bin ich aber auch. Damit steht jetzt eigentlich 2-2-0. Ich habe es ja gut und die anderen nochmal auf die Aufnahme hinfahren. Und jeder, wer denkt, oh, ist Handy-Game, fuck, scheiß Handy-Game, ja? Der verpasst hier richtig was. Also, ganz ehrlich, der Multi-Pair, so in interner Kuppeln, macht mega Laune. Da kannst du auch gut und gerne mal diesen leichten Fake-Wing-Ansatz einfach ausblenden. Das stimmt halt, also... Das muss ich auch sagen, chillig ist das, wenn ich mal so eine Session habe oder so, zwischen dem ich dann mal sowas spiele, dem haben wir eins. Ja, vor allem, das ist kostenlos. Du kannst das mit allen Freunden spielen, der dir ein Handy besitzen. Ja, alles klar. Oh, fuck. Ja, man hat mich übel getroffen. Ich habe dich in der Luft bewührt. Du kannst es dann halt... Wenn der Multi-Pair jetzt so released wird, kannst du auch einfach so eine Mario-Card mit Freunden fahren. Jeder, der ein halbwegs kompatibel ist und aktuelles Endworlds-Gerät hat. Oder eben halt... Echo-Gerät hat. So. Und dann kann man einfach Mario-Card zusammenspielen. Hallo, keine... ...National, wie du weißt, keine... ...Nintendo-Switch oder sowas. Sondern du kannst Mario-Card zusammenspielen. Oh, Gott, ja. Fickt euch. Fickt euch einfach, dass ihr mir jetzt noch die Rote-Kotz-Kopsy reingedrückt habt. Ihr müsstet ja unbedingt keine... Kein Problem. Kein Problem, Anubis. Das war mir das Liebste auf der Welt. Kann man sich sowieso nichts gelaufen. Du hast mir dann gesagt, Sieg. Es setzt sich sofort wie es angefangen hat. Aber ich glaube, ich war so eine Millisekunde hinter dir. Ne, 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 ne. Ja, doch. Ja, LeGard. Nein. Ist Elmalt da ganz weit vorne. Ja, man ist immer noch der Profi. Selbst wenn du dir die Aufnahme löscht, kannst du die Darkman schliessen. Genau. du kannst die scheiße so auf fläche wie du es ist dir sicher so und jetzt muss eigentlich nur ich gewinnen dann passt das wird ohne sieg leider hast du hast es gerade absichtlich gemacht hermann ja das war genau wie mit dem vorhin einfach in der luft anspringen das habe ich auch schon absichtlich gemacht macht auch spaß ich konnte die abkürzung nicht nehmen verdammt ja doch es müsste schon mit deinem abkürzung sein ich habe eine rote getroffen ach so habe ich dich mit der rote angeboten ne ich habe gar keine grüne angeboten ne mega banane die dadurch zersprungen ist ach so boah ich habe wie viele bananen liegen hier sehr viele sehr viele nicht mehr wie hast du das gemacht du hast mich überholt obwohl ich mich noch in die luft gesprengt habe Anzeige Bugs du hast mich nicht mehr in die luft gesprengt hä echt nicht? nö wir haben sich noch Punkte dafür bekommen ja das sind die Anzeige Bugs hier momentan noch ja das ist ja Beta Hallo aller eigene aber ich komme davon scheine Anubis getroffen zu haben ich hoffe das war auch wirklich so ja war auch so guck mal wann kommt die erste 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 noch mal kurz vorgekrabbelt was? noch mal kurz vorgekrabbelt ey verfliegt das Handy gleich scheiße Verbittung hat abgebrochen kleinen Moment Verbittung zu meinem Handy hat abgebrochen aber die Aufnahme läuft noch ja 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 er will schon wieder löschen er versucht jetzt zu vertuschen Leute krack das sehe ich doch erst aber das geht man ja man war wirklich zweiter und ich habe noch zwölf prozent dann war danke ich mich fürs zuschauen ob das ist jetzt alles funktioniert hat wieder und ja ich hab meine nutzerweite haben auch noch mal ein video gemacht ja muss auch so lustig gewesen mir selbst wenn es wieder bis dahin und da habe ich übrigens nicht geworden die ganze spannung raus